Ja, bitte. Minodino, danke fürs Folgen. Die macht mich ganz schön färdig, Alter. Die spielt besser als ich. Ah, die ist schneller. Boah, sag mal. Wieso schmeiße ich meine Waffe wieder weg, ey? Fuck, Mann. Was meint denn? Boah, 15, Mann. 15 Punkte hat die Alte. Krass. Ja, noch mehr, oder? Schade. Schade, schade. Ich nehme mal wieder Hattori. Ich versuch's mal mit der. Ja. 3, 2, 1, brawl! Yo. Oh, bitter Oh, bitter Boah, was? Nein! Boah, was? Boom Oh, alter Nein! Krass, ey Bam Oh, scheiße Alles klar Du kannst gleich wieder in den Raum beitreten, wenn ich fertig bin mit der Runde Du warst auf einmal weg Was war los? Oi, oi, oi Oh, was? Ha, daneben Oh, lol Ist er allen Ernstes in seinen Tod gesprungen? Ach, scheiße Jetzt hat er mich, oder? Jaaah Scheiße Sehr schön Sehr schön Gib mir keine Waffe Achso Achso Oi, oi, oi Duپ DuP 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 Oh, jetzt geht's auch mit. Oh, gut gekontert. Naja. 3, 2, 1. Oh. Player 1 wins. Kommst du wieder rein? Yo. Denkt mal, jetzt wollt ihr alle mitzocken, ne? Ich würde mal sagen, dann mach ich eine neue Lobby auf. Äh. Okay. Custom Online, dann können wir auch alle mitmachen. So. Lobby is open. Ich schreibe mal schnell die Nummer. In den Chat. So, die Nummer ist. Yo. Sehr schön. Da switch ich mit der Null zu meinem eigentlichen Intro. Das war jetzt sehr gekonnt. Jo. Ich schreibe die Raumnummer rein. Und was passiert? Richtig. Sorry, ne? Konnte nicht mit dem Chat verbinden. Ist das eine Verarsche. Ember. So. Yo. Bild. Was hast du mir für ein Bild geschickt? Was ist das denn? Das ist die Zwiebel, Alter. Richtig groß. Krass, oder? Was ist das denn für eine Zwiebel, Alter? Alleine, was hat die da für Stückchen an der Seite, Mann? Die sieht ja mal richtig pervers aus. Ich kann es ja mal hier zeigen. Ja, was heißt Stückchen? Das ist halt Curry ist da dran und Reis, ne? Das sieht nach einer ziemlich ungesunden Zwiebel aus. Also, vitaminreich scheint die nicht zu sein. Ja, das ist halt keine ganze, das sind halt Zwiebelringe. Bist du jetzt am Essen, oder? Ja, ich bin jetzt am Essen. Achso, und was ist... Mit, äh, JustFiveOrderJust, ähm, macht er jetzt mit, oder ist er jetzt komplett raus? Oder, ne? Hm, okay, gut. Dann scheint er wohl komplett aus dem, äh, Dings raus zu sein. Alles klar. Äh, dann könnten wir eigentlich theoretisch auch ein normales machen, würde ich sagen, oder? Äh, warte mal, ich frage ihn mal. Hm, der JustFive oder Just ist doch noch im Chat. Echt? Ja. Ja, bei mir ist er nicht im Chat. Deswegen frage ich ihn. Und wenn ich auf die Viewerliste gehe, steht er oder? Wenn ich auf die Viewer... Ah, ne, ist weg. Sag ich ja. Ja, dann ist er weg, ne? Ja, okay. Dann machen wir mal. Verliere ich zwar 100 Pro, aber egal. Was? Eins gegen eins. Ich bin in eins gegen eins richtig schlecht. Gegen eins. Ups, siehst du, da geht's schon los, ey. Scheiße. Ja, siehst du, keine Chance. Wie ich dich mal nicht getroffen hab, ey. Wahnsinn. Oh, die Deadmine, wie die du gedodged bist, läuft. Scheiße. Ja, was? Wie mich das Ding alleine noch trifft, ey. Hammer. Ich bin in eins gegen die Ecke gesprungen. Fuck, ey. Okay. Ui, das war aber knapp. Scheiße. 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 Ui, ja, fuck, ey. Selfkill. Mist. Ja. Sag ich ja, hab ich verloren. Ich glaub nicht, dass ich's jetzt schaffe, dich nur ein-, zweimal zu killen. Alex, wust. Scheiße. Wie's nicht geklappt hat, ey. Ich mög mich mal lieber. Wieso? Wust. Oh, Alter. Bäm. Na, gibt's ja nicht. Ha. Ha, 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 ha. Ha. Trotzdem bin ich noch am verlieren. Ha, 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 ha. Was war das denn? Oh, Leute. Nein. Boom. Ha. Oh, fail. Aber richtig. Ja. Das ist vorbei. Ah, fuck. 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Aber trotzdem, naja, immerhin. Null. Mein Minus 1 ist weg. Bin stolz drauf. Aber einmal selbst gekillt. Sonne Scheiße. Auf jeden Fall. Ähm, ja. 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 Okay. Online. Sehr schön. Weil Tim ist ja eh noch am Essen, am Husten. Ne, Tim? Ja. 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 Die Raumnummer schreibe ich lieber nicht im Chat. Nachher tippe ich die für umsonst ein. Aber er ist ja schon drin. Sehr schön. Ach ja, ich muss ja auch noch einen wählen. So. Los geht's. Ach, die Karte. Ach ja, ich bin ja Ember.